Ja, also ich bin Conneja Borisch, Erfolgscoach für Männer, die an die Spitze möchten. Ja, also für mich war es so, ich habe unglaublich viele Ausbildungen, viele Themen schon bearbeitet und es hat sich für mich persönlich so angefühlt, als sind immens viele Bälle in der Luft und ich weiß nicht, welchen ich konkret greifen soll. Und heute in der Erarbeitung mit Christian ist es mir einfach gelungen, gemeinsam einen Ball zu schnüren, den ich jetzt nutzen kann, um mich so zu positionieren, dass ich alle Fähigkeiten, alle Eigenschaften, alle Stärken, die ich habe, miteinander vereine und das Zweite, dass auch wirklich mein Herz dabei ist und das fühlt sich einfach nur unglaublich gut an. Also Christian ist ein Mensch, der für mich zwei Dinge vereint. Das eine ist der strategische, geschäftliche Part, das andere ist seine Intuition und ich möchte es auch mal als sein Herz nutzen, wo er einfach hinter die Fassade schaut und diese beiden Dinge ganz geschickt miteinander vereint und in Einstimmung bringt, so dass dann im Endeffekt der Kunde Nutzen davon hat und man sich selber mit seiner Positionierung aber auch wirklich wohl fühlt. Und Christian macht das ganz charmant mit unglaublich viel Spaß und Witz und Humor und natürlich in dem Moment auch, bohrt er auch mal tiefer nach. Das fühlt sich dann vielleicht nicht ganz so toll an, aber hat den Effekt, dass am Ende wirklich der Kristall, der Diamant geborgen werden kann. Und das ist einfach nur, ich möchte es jedem ans Herz legen. Wer noch nicht hier war, sollte sich sofort anmelden, bei Christian das Gespräch buchen und das selber genießen. Und das ist einfach nur, ich möchte es jedem ansetzen.